Herzlich Willkommen zu... Ich hab den Titel schon wieder vergessen. One for a Community Edition. Genau, das spielen wir. Und heute kommt das, womit der Modus quasi angefangen hat, glaube ich. Mit Blitzcrank. Und zwar nicht Blitzcrank. Ja, ohne Blitz... Ich muss kurz restarten, Entschuldigung. Alles klar. Ich hab die ganze Zeit diese... So, die ersten gehen schon. Diese... Erfolgreiche Runde als letztes Mal. Hä? Die muss... Ach, danke. Endlich hat diese... Champion Select Musik aufgehört. So. Ich glaub tatsächlich, dass Blitzcrank der erste Champion war, der in Onefall gespielt wurde. Das war ja... So ein Streamer. Der hat das ja herausgefunden, dass man eine Datei ändern muss in seinem LOL Ordner, was dafür sorgt, dass dann halt alle Blitzcrank spielen können. Also... Dass man halt für ein Champion spielen kann. Hahahaha. WTF? Ich weiß nicht wollen! Ich weiß nicht wollen! Tja, Flash ist schon down. Ja, komm her! Pass auf Peter! Ah, he remains local. Ah! Okay. Ah, okay. Aber denkt dran, ne? Team Emoto-Focus, genau. Na, nicht schon wieder! Ja, ja, Leute! Immer ich! Hallo auf Benno! Auch hat sie aus seinem Team. Eben. Ich muss dich dann immer rausflashen, so. Leute. Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen ein... Oh shit! Nach vorne stellen. Oh shit! Das bin ich dann! Oh... Ja, was? Hab nicht zu viel Spaß ohne mich. Hahahaha. Aber Brandon... Aber Brandon... Wenn du wieder da bist, haben wir keinen Spaß mehr. Hahahaha. Ja gut, dann komm her. Hab ich! Alter, was? Hab ich! War Wurf, ne? Ja, war Tuschelwurf. Haut ihn alle hoch! Ach nein! Das war ich! Hahahaha. Alles gut, Leute. Ich bin wieder da. Hahahaha. Jetzt schreibt er... Blitzcrank Flash, dann und dann. Blitzcrank Flash, dann und dann. Blitzcrank Flash, dann und dann. Hahahaha. 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 Oh, okay, Ben holt sich erstmal so einen, sehr gross und stab. Ja, klar. Richtig einfach am Ausgraf, ne? Im Franz heel schneist der Baguette explosive. Hahahaha. Oh oh. Oh oh. Hahahaha. Ich würde da sagen, Mensch, renn ja. Da, Leute! 1, 2, 1. Hahahaha. Immer diese Lane Switch, ne? Hahahaha. Oh nein, alles klar. Da kannst du dein Handy wegnehmen, bitte. Fe...fe...nir... Ja, okay. Alles klar. Alles klar. Oh, Alter, was? Ich hab gelangt. Ich wollte grad back, und hab mich gewundert, dass das nicht geht. Das ist ja komisch. Aber man hat jetzt die Backanimation, ne? Ja, Alter, guck dir meine Backanimation an. Alter. Übel. Warum hat eigentlich keiner Clarity genommen? Ähm... Schneewelle, Leute. Weil wir gesagt haben, alle Schneewelle und Fleisch. Das hast du gesagt. Ja, aber sag das mal Nadelöhr, ne? Der hat... Hier. Der hat hier. Der hat auch gedacht, dass die gehen dann fresh spicken. Könnt ihr es mal einpullen, please? Ja, danke. Dann... so geht das. Oh Gott! Danke! Mana! Leute! Aua. Endlich krieg ich auch mal die Kills. Richtig zufrieden. Da, Leute! Oh Gott! Nice! Das war ein Wichtiges! Ha! Oh Gott! Der Damage... Ohohoho! Shit! Das ist ja richtig aus. Mein Snowboard mich gerettet! Fuck! Danke! Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Was? Das ist einfach dumm. Du hast einen Mini, der Mana. Mana ist ein Mini. Ich wollte den hier lassen. Oh, die Minion. Das war eine Warnung. Ihr denkt auch so, die Minions springen kurz hier aus dem Weg. Um euch zu helfen. Aber man kann ja hoffen. Nein! Please! Please! Hört auf mich anzugreifen. Ok, da kam der Heal durch. Oh, fuck. Ja, da muss wohl ja noch jemand hooken üben. Nein! Nein! Nur fünfmal. Oh, Gott. Allein deswegen müssen wir nochmal. Nein! Ja. 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 Die Tasse, die Tasse. Oh, Gott. Ja. Tja. Alter, Rito. Blitzcrack ist nice. Aha. Der Auto Blitzcrack ist auch nice. Aber hat keiner hier. Ja. Der RENYA Blitzcrack. Hey, 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 hey. RENYA hat sich einen Frozen Fist gekauft. Oh, Gott. Hä? Hä? Niemand von euch denn? Niemand? Der wird in die Welt. Ja, klar. Nein! So war das nicht gemeint. Ich meine, einer von denen. Oh nein. Läuft. Es war alles gebaitet, ja. Ja. Baited and unswarted. Auf jeden Fall. Okay. Einfach drauf rauflaufen. Next. Nein. Ab dich. Oh. Das ist ja Quatsch. Nein, er ist zu schnell. Oh man, ich wollte schon wieder back gehen. Ja, Saka. Tor. Ja, guck mal. Da teilt ihr und deine Flaschen, Renno. Ja. Nice hold. Krasser. Verstehe ich, 908 oder du? Ähm. 0-4? Würde sagen du. Ja, ist doof, ne? Aber ich hab mich für's Team geopfert, sagen wir so. Ja, und ich will dir so gern, ne? Oh, ich hab ja einen. Krieg ich denn die ganze Zeit die Kills mit Auto-Attacks? Das weiß niemand. Au. 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 Fleischwunde. Oh nein. Wie sieht das aus? Gott ey, ihr seid aber nachtragend. Yes. Das ist der Kill. Ah, wir lassen ihn da zurück, ne? Ja, jeder für's geht. Bye, bye. Tja. Ach, nö. Hahaha. Ach. Hahaha. Ich bin gleich zu. Hahaha. Immer. Hm. Achtung Leute, ich war einkaufen. Wow. Ja, ich werd dir nicht so... Ja, ne, ihr dürft nicht reden, ne. Du darfst nicht reden, dein Mikrofon ist richtig dreckig. Hahaha. Das wäre doch... Du darfst reden, wenn man was zu sagen hat. Gott, ihr habt den Minion getötet, den ich brauchte, um zurückzukommen. Tch. Ich hab mich voll darauf verlassen, dass dein Hook trifft. Hab leicht zu dir gehuckt, aber... Du hast natürlich verfehlt. Das ist... Dieser Rito Blitzcrank, ey. Naja. Er hat kein Place. Haben wir. Lennart, du hast dich schützend vor mich geworfen. Ja. Es könnte daran liegen, dass ich 4000 Gold hab und sterben sollte. Alter was? Alter was? Tja. Alles klar. Flash getimed, ne. Es ist alles... Hat alles seine Gründe. Alles klar, Alter. Ja, Lennart, komm. Geh mal. Nee. Boah, jetzt kann ich mir nichts leisten beim Back. Wenn das erweilt ist. So, jetzt Offensive. Go, go Power Rangers. Na komm, rein da. Ja, ja. Bin hier hin. Nein! Oh, nee! Alles gut, ich hab ihn hier. Ja. Okay. So kann man's auch machen. Das ist so der Rape Train, ne. Gang bang. Danke. Aber dann, okay, Werner. Oh mein Gott. Die fangen jetzt schon an, so ne Kette zu bilden. Sieh mich von da bis da. Nein, Leute. Well. Früge erfreut, ne. Enter kill coming. Ich hab vergessen, mir ne Träne zu kaufen. Hoi. Nein, ich bin geslow durch mich selbst. Oh, gut. Das ist doof, Renno. Aber dafür hast du schonmal hier Lootens und Ravadons, ne. Ja, schon, ne. Sieht auch schön aus. Auf jeden Fall. Oh. 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 Benno. Benno. Benno hat wieder Flash, Leute. Benno hat wieder Flash. Hab ich wirklich. Oh. 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 Okay. Okay. Sieben Sekunden, ne. Nein. Was tue ich? Ich hab dich. Scheiße. Alles klar. Den Menil hab ich gehittet. Benab dir. Nein. Alter, was ist da passiert? Hultet sie. Zu Tode. Was soll denn das lernen? Hä? Ist das Toxic? Nein. Wenn ich rein, ja. Oh, Flash. Oh. Oh. Oh, hat er mich gesightsteppt. Oh, Benno hat dein Flash ohne wieder getimed, ja? Hat was. Oh. Alles klar. Ey, das war ja wohl deine Schuld, ja. Ja, ja. Du kannst es jetzt nicht auf mich reagieren. Ja, ja. Hast du das aber ne? Das war ein Nadelöhr gerade. Ab ihn! Danke! Yes, ich stehe wieder positiv, alles gut. So, jetzt bleibe ich immer so lange draußen. Ich nenn meinen Blitzcrank auch Fisto. Oh, dieses Benchy. Oh, dieses Benchy. Oh. Okay, das ist dumm. Das ist halt echt so krass. Der Duke mit seinem Banshee, ey, das ist echt real. Echt. Nice Flash? Ha! Nice Flash. Keine Chance, ey. Sobald ich einen Hupen triff, weißt du eigentlich, dein Leben ist vorbei. Oh ja. Na? Den wollte ich nicht. Oh, den will ich nicht. Ah, gebatet. Ah, auch gebatet. Ja, das war synchron. Geh weiter. Ja, das war synchron. Leute. Ich wusste da, der hat ja den Pfingkopf. Nein. Hand. Hand. What the? I need a gnat. Oh. Oh. Oh, no. No. Good job. Das ist ein bisschen bossy. Richtig glückste Idee, hier reinzuziehen. Boah, da hat er geflasht. Nein, Mama! Mensch, renn hier. Hör doch jetzt auf! Ich kauf mir Captain, dann kannst du schneller rennen, okay? Das ist ne gute Idee. Was ist das für ne gute Idee? Okay, der schade. Alles klar. Ich habe in 20 Sekunden Flash wieder, falls das jemand interessiert. Nein, ich habe ja gezeimt, guck, in dem Sinn. Oh, danke für den Backhook. Ja, genau. Oh Gott. Irgendwer von denen macht Damage. Die kommen doch weg ins Game. Boah, Alter, diese Geräusche. Ja. Hä, die sind irgendwie alle Fanky geworden, hab ich das Gefühl. Renja. Du musst das irgendwie unbedingt mit Tariq machen. Sie singen. Oh, Tariq ist so schlimm. Tariq ist so schlimm. Tariq ist so schlimm. Tariq ist so schlimm. Ich gehe da in die LOL-Optos, damit ich es gleichzeitig auf meinem Rechtsklick binden kann. Du kannst dann in irgendein Inifile was ändern, dass du auf jedem Ability Press auch noch Mastery-Mode machst. War das, tut Benno? Ja. Ich glaube, das Ganze an der Ecke ist ungefähr. Fuck. Verdammt, ich hab Zonyas, Mann. Naja. Das steht den hier nicht zielen für. Ja, was ist das denn? Nächster Mal. hm 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 abgehobener boine ohne spaß das ist richtig traurig gemacht hm hm ja mach ich ja nicht nochmal direkt wups oh oh jetzt kommt's wieder bei dem klaus ja ja hm 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 das ist der tanky oh mein gott das war ein superflex ja wir sind die fünf hä hu oh gott nein jeder für sich ja gewählt ich hab mobis zum glück ich nicht zum glück ja du hast echt cap'n das hat mich gerettet hallo jeder für sich okay er hat noch ein schild er hat noch ein schild jetzt ja jetzt ja hier hier Warum haben die es bei dir nicht gepunischt? Das sind die Mindgames. Alle haben gemischt. Oh leu. Ich dachte, irgendetwas wäre anders. Irgendwas läuft dann auch nicht so grad. Na klar. Ihr könntet das total fighten mit euren Chills, aber jetzt nicht mehr. Die Flügelei im Gebüsch. Mach den Renja. Oder so. Leu. Leu. Leu Nadelöhr. Leu Nadelöhr. Er kriegt den Tower. Oh nein. Nein. Die machen... Ja, Tanki. Ich dachte, der andere wäre das. Good job. Nein, ich hatte gerade Ben es aufgeholt. Du weißt ja, Ben. Und wenn du ein Nadelöhr durch ein Kamel durchkriegst, dann kommst du in den Himmel. Oder so. Hehehehe. Ich würde euch ja was machen, aber die Knockups sind schon ein bisschen hart. Geil. Oh. Oh. Loll. Mach was draus. Mach was draus. Mach was draus. Ich brauche noch 3 kills. Jetzt könnt ihr reingehen. 3 gegen 3. Alter, die haben gerade ihre Ultis gemacht. Geht rein. Renja, go go. Okay. Okay. Oh. Ne. Hui. Das Sonne ist mal nötig. Ich komme aus, dass du mich zartest. Hab ich. Ah ja. Es fliegen einfach alle nur hoch. Die ganze Zeit. Nein. Nein. Ui. Thanks for the memories. Ach. Pass auf. Copyright. Boah. Das ist ein Schnappler. Ne. Alter. Cool. Nein. Nein. Ja. Okay. Warte. 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 Nein. Nice. Mein Ulti war schon knapp an 1000. Ja. So. Oh maa. Ach. Bang. Bang. Mit Nadelöhr. was. Was. Das ist mir von BlackBall gehuckt. Bitte nehmen wir das Ding weg. Den Turm? Ne. Wer ist das dran? Benchies. Back. Jetzt ist noch der andere Benchies. Der, der kein Benchies ist. Ist doch gut! Ist okay, ich hab natürlich auf die gezählt oder auf niemand anderes, der kein Flash hat. Der ist zu tanky. Spaß! Tschüss, deine Arzt. Wieder für sich. Okay. Gangrape. Fuck, wir sind zu tanky. Nein! Oh, fuck. Fuck. Boah, Alter. Was machen die denn auf einmal? Du abtacht einfach drei Tanks. Alter. Die Tanks haben echt voll getankt. Die haben echt voll getankt. Die haben drei AP, zwei Tanks. Aber die Tanks haben trotzdem damage. Oh, oh, oh. Das hast du vom Disrespect. Verdient. Nein! Du bist nicht! Du bist es freuen! Nein! Tschüss! Ciao! Ach, Revenge! Exterminate! Da hat er uns so schittert nach dem Hut geschaut. Hehehe. E-hups! Yes! Okay, noch einen kill, Benno, ne? Ich wollte dich auch. Ich wollte dich sowas von auch. So, folgend. Jawohl. Das ist mein Ziel, dieses Spiel. Das ist schön. Ich finde, dann habe ich schon wieder was in meinem Leben erreicht. Oh Gott! Der Flash! Wow! Hey, komm! Okay, den nächsten lass ich. Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Nice! Fuck! Oh! Ah! Nein, das war's! Shit. Ich seh das gut, ne? Shit. Das war ein Bade. Das war ein Bade war das. Nichts anderes. Nur ein Bade. Hab ich. Nein! Ich hasse euch. Hilfe, Leute! Ich auch, ich auch, ich brauche. Ich brauche, ich brauche. Zieht den Reim und lasst den Weg weg. Mir über stimmt das so. Und das... Ich brauche dann zuerst die da. Nein, ich brauche. Ich brauche sie zu dir. Ich brauche den Prenner mehr zu töten. Ich brauche den Dürfen. Wir haben halt auch keinen richtigen Adel. Oh! Wo bin ich? Nehm ich nicht! Hallo? Heute musst du uns zu tryharden! Ist richtig schlimm, ne? Schämt euch! Oh, kein Benji! Oh! Da ultet mal die Minions oder so! Ach du Scheiße! Alter, ihr habt Minions, ne? Nein, die Ult ist wichtiger für Kills. Okay. You Minions! Wo? Ey, die Tanks machen halt noch Damage. Das ist halt das... Problem. Ja. Da haben wir schon wieder zwei Kills entfernt. Ja, ja. Ich glaub ich das ist... Die Sits machen es auch. Oh! Halb! Box! Holy, das Ult-Damage! Du musst aufpassen vor dem hier. Comeback! Oh! Den hab ich! Oh nein, wie viel Schaden er blockt! Mein Ulti macht so viel Schaden, der Grundschaden ist... ...und die 700 Bonus-Damage kriegt er nicht. Was ist das? Niemals! Auch mal. Ja. Benno, ne? Aber deiner? Ja, ich hab jetzt übrigens... Wir klopfen zu fünf auf den einen und nur drei Leute sind am Kale beteiligt. Ja, dann klopfen wir auch nur zu dritt auf ihn ein. Okay, wir versuchen... Fünf Leute versuchen auf ihn zu kloppen. Was ist das Team? Boah! 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 Nein, der ist nicht getarnt. Alles gut. Papa, war du echt geflasht? Okay, I'm wet. Wir können gewinnen. I'm wet! Oh! Boah! Ich wollte den Lasted. Aha, ich hab nicht gerade geultet. Äh, geflasht. Nein! Oh, ich hab irgendwas davon geultet. Tut mir leid. Aber wir schätzen das einfach mal. Leute, nicht alle Ults für einen! Doch! Wir haben keine Ults mehr. Los! Fuck, fuck. Fuck. Okay, Leute. Komm, macht irgendwer Nullschrei. Ich glaube auch ab. Und alle Flash-Hulden. Oh nein, das ist wieder der Tekken-Tiger. Oh mein Gott, das ist... Creepy. Damage, ne? Das war doch. Bloi. Richtig. Back, 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 back! Fuck. Back, back, back! Egal, grab. Okay. Nein! Renny erpult jemanden, um sich von ihm weg zu flashen. Luh! Wie geht das? Und, weiter! Ich kann gar keinen Zun, hier ist doch nicht mehr Wett. Wollt ihr es? Hilfe! Nice! Nice! Delin! Äh, wo ist das noch? Nein, ich bin noch. No, lag. Genau, lag, genau. Wow. Das war unfair. Ja. Yes! Komm, Lennar, draus hier um! Du hast... Boah! 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 Oh, how are you out plays. Ja! ... Challenger Blitzcrank, Alter. Baited and outsmarted, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Du hast sogar den meisten Farmen im Team. Überhaupt den meisten. Ob die alle so wenig Farben? Also ich hab am wenigsten, aber... Nein. Sub-Farm? Ich hab am meisten Farben. Oh shit, ich weiß, was ich jetzt machen muss. Nächste Challenge mehr Farben als ich. Okay. Noch drei. Der Schneeball macht übrigens das Dinges nicht weg. Banshees? Das Banshees, genau. Schade. Halt. Leute! Ach, einen! Go! Leute! Danke! Ich hab sogar noch einen Keel bekommen. Bigballs, Benno! Auf jeden Fall. lex Wo ist mein Team Ah Benno es sind keine Generation, du wirst bloß naturally geslows meansem enden ldi します euhm lebt es eiskalt alles gute save alle gute Dinge sind Oh, Achtung. Der Tank is back. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Fass. Ne, nicht in mich den Dude rein. Hab ich! Lauf! Lauf! Oh, was machst du? Okay, ich komme. Ich bin da. Go! Gleich seid ihr dran, ne? Du bist jetzt wohlgebildet, ne? Ja, ne? Alter, Lex. Leider kein Alex hier, aber... Alex, ja. Ja! Comeback. So. Oh Gott. Das überlebt keiner mehr. Außer die drei Tracks. Ja, außer die, ne? Ja. Sonst überlebt das Geil. Ein bisschen too late, Leute. Ich bin so schnell. Man darfst einiges nicht scrollen. Wie viel AP hast du? Oh, ah. 800. Ja, und Lichbane. Der drückt gut rein. Ja, der drückt. Ja, bei mir. Auch. 500 Bonus Damage, ne? Aber trotzdem sind die Fangs da. Haha. Ne. Nice. One for one. One for all and one for one. Oha. Oh, Lenny. Was war denn das? Nein. Tschüss, Benno. Hör auf. Es reicht. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich hab auch. Nein. Polini. Was kannst du? Leute, Adi. Komm her. Na gut, der ist mir egal. Yes. Geil. Oh Gott. Nice, Leute. Mein Herz. Ein Blitzkrank ist zurück. Guck mal, wie das aussieht. Was, was, was? Was, was, was? Du gehörst zu mir. Nein! Oh doch. Nein. Oh doch. Dann komm lieber zu mir. Kannst du nicht. Hab Flasch. Nein, ich nicht. Warte, einen Moment. In 80 Sekunden, falls du das genau willst. Ja, okay. Oh, ihr beendet doch. Wow. Ey, wir machen doch auch noch die Türme wie ihr. Türme habt ihr auch. los neil ja Ja, hol dich! Nein! Ach, Mann! Oh! Die Janks, Alter! Die Janks! Ich hab noch ein Filt! Warte, jetzt sollte doch vielleicht das andere erst kommen, oder? Ah, richtig! Unser AD Blitzcrank! Ne, AD, was? Unser... Hybrid Blitzcrank! Warst du das nicht? Nein! Er ist Hybrid! Warte, warte, warte! Wir haben eine Hydra, Seraphs und Brace, Benji's Welt, Static-Ship, Ionia Wootz! Okay! Fass so gut! Wir lernen ja das Bild! Mit Lich Bane! Lich Bane und I spawned Donkey! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ist das Next Level! Ha, ha, ha! Ist wirklich gut, ne? Tja, Rania! Du schaffst das! Was? Du schaffst das, Rania! Was war das? Okay! Oh! Nice! Nice! Aber jetzt! Flash, Leute! Das war okay! Das war okay! Bei 2 und 40 ist nicht geflasht, ne? Rewind! So, so! BAM! Ein Flanker! Ah! 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 Boots! Oh, ihr hättet grad ne Kette machen können! Ey, Leute! Ich war grad... Oh! 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 Okay! Die machen halt Schaden! Das ist schlimm! Oh! Verdammt! Kommt der in... Ab! Ich seh so meinen Schlag und dann steht der einfach... Oh! Okay, Leute! Wir haben 30 Sekunden, um es zu beenden! Nein! Ey, 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 ey! Das ist ja wohl Tryhard! Wir haben es ja auch nicht versucht! Ja! Genau! Das war der inhilfe, das wusstest du, ne? Dass du der inhilfe abkommst, dass das... Ja, die hack kalkuliert! Ah! Ganz aus! Nicht schwer! Alles klar! Ihr habt gar... Ihr schafft es eh nicht zu beenden! Ich bin die Blitzgefahr unter so'n Scheiß! Mir ist noch kein dummer Name eingefallen! Wow! Wenn mir einer einfällt, dann... Oha! Dann bin ich tot! Jetzt hab ich Zeit, mir einen auszudenken! Ja, wollt grad sagen! Ich bin definitly not AP Blitzcrank! Aber warte! Okay! Oh shit! Haha! Ne, der Bild gefällt mir noch nicht! Brauchst ne KDU! Nein! Ja! Brauchst ne Titanic Halt! Nein! Ja! Brauchst... 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 Brauchst die ganzen Kills! Brauchst die ganzen Kills! Ja! Go go! Powerfest das! Die Ehe ist glaube ich sogar Powerfest, ja! Alles klar! Nein, ihr könnt es so raschen! Alles klar! Alles klar! Oh Gott, Leute! Spannend... Spannend... Oh! Oh... Werner! Team! Wow... 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 Richtiges Team, ne? Nicht mal so'n Hook! Der wieder! What the fuck Leonard? Yo! War doch Stolz! Good job Lenya! Dem haben wir's gezeigt! Ja! Oh Leute! wing... man... War ok... Hazen... Easy... Endlich... Endlich... Ritterne win! Endlich... Endlich... Trotzdem bin ich zu kurz... וט... Sehen wir den nächsten... ATTACK speed Blitzcrank Backdoor in Worlds? I uh. Ich glaube schon! Ich denke nicht... Nein zu mir! Vielen Dank.